Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute habe ich ein kleines Update-Video für euch zum Spiel Impossible Arena 2, an dem ich ja aktuell arbeite. Heute kann ich leider kein so großartig geschnittenes Video machen, denn ich habe heute leider nicht allzu viel Zeit. Ich möchte euch aber natürlich die Fortschritte nicht vorenthalten, denn ich habe hier wieder ein bisschen dran gearbeitet. Vor allem nachts arbeite ich zur Zeit an dem Spiel, wenn ich all die anderen Sachen schon hinter mich gebracht habe, also meine anderen Aufgaben und ja, da habe ich wieder ein paar Fortschritte gemacht, die ich jetzt mal mit euch teilen möchte. Ich habe im letzten Video ja gezeigt, dass Impossible Arena 2 jetzt so einen gewissen Grafikstil hat. Den habe ich damals in Paint.net erarbeitet. Das habe ich ja im letzten Video gezeigt. Da bin ich einfach drauf eingegangen, wie ich solche Mock-Ups erstellt habe. Und da hat man dann schon ungefähr gesehen, wie das Spiel sich grafisch entwickeln wird. Und diese Grafiken, die habe ich jetzt einfach mal umgesetzt im richtigen Spiel. Du siehst das ja hier gerade auf dem Bildschirm. Das Spiel sieht jetzt eindeutig besser aus als vorher. Wir haben hier im Hintergrund auch diesen Planeten. Wir haben jetzt hier im Weltall, wenn man es hier auf dem Video sehen kann, so einen gewissen Nebel. Ich habe einen Vignetten-Effekt hier in den leichten drin. Und ja, das sieht an sich schon mal sehr cool alles aus. Ich habe auch dafür gesorgt, dass ich hier die Farbe von dem Hintergrund zu jeder Zeit ändern kann, also per Code. Und so kann ich dann ganz einfach verschiedene Level bauen, die unterschiedliche Farbschemas haben. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also du siehst, grafisch hat das Ganze hier ein dickes Upgrade bekommen. Und da bin ich auf jeden Fall ziemlich stolz drauf bisher. Woran ich jetzt noch arbeite, ist der Nebel. Da möchte ich einfach dafür sorgen, dass der Nebel sich im Hintergrund bewegt. Und dass da auch mehrere Layer von dem Nebel sind, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Und dann werde ich dafür sorgen, dass die mit einem additiven Blend-Mode gezeichnet werden, sodass der Nebel an manchen Stellen so heller ist, wo zwei Nebelstellen überlappen und an manchen halt dunkler, wo es nicht so ist. Das werdet ihr dann natürlich noch sehen, wenn ich das programmiert habe. Das ist aktuell noch in Arbeit. Und ja, wie du sehen kannst, habe ich auch hier am Rand so eine Level-Grenze gebaut. Und das Coole an dieser Level-Grenze ist, dass die im Code dynamisch erstellt wird. Und diese Level-Grenze habe ich jetzt nicht einfach so eingesetzt in mein Spiel. Also ich kann das ja mal zeigen. Ich gehe mal in den Room rein. So. Gehen wir in den Room Test Level. Dann siehst du, habe ich hier einfach einen gigantischen Level. Aber da sieht man jetzt nicht die Farbe von dem Level und man sieht auch die Grenzen nicht. Die Grenze des Levels orientiert sich nämlich dynamisch nach der Größe des Raumes und versucht mit einem gewissen Abstand zu den Rändern des Raumes halt, ja, einen Rand für die Arena zu bauen. Und das ist sehr, sehr cool. Denn wenn ich jetzt diesen, ja, Level größer haben will und diese Grenzbereiche größer haben will, dann muss ich einfach nur die Raumgröße ändern. Das kann ich ja einfach mal zeigen. Aktuell haben wir eine Größe von 2500. Jetzt mache ich mal eine Größe von 4000. Und dann sehen wir, dass auch die Arena um einiges größer ist. Also das passt sich hier wirklich dynamisch an. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles System. Hier haben wir jetzt einen kleinen Grafikfehler mit dem Nebel. Aber das ist ja egal. Wir können jetzt mal hier rüberfahren. Und dann sehen wir, dass wir hier jetzt wirklich eine weitaus größere Arena haben. Nur weil ich die Raumgröße verändert habe. Und ja, das ist sehr, sehr cool. Und außerhalb dieser Grenze wird alles in Dunkel gezeichnet. Und das habe ich eigentlich ganz einfach realisiert. Ich habe ein Skript geschrieben. Und dieses Skript, das sorgt ganz einfach dafür, dass hier an diesen Rändern schwarze, transparente Boxen gerendert werden. Und ja, die sind dann einfach so groß wie der Rest des Levels. Sodass hier wirklich der ganze restliche Level in so einem, ja, dunklen Ton gerendert wird, sage ich mal. Und das ist sehr, sehr cool. Ja, kann ich ja auch mal den Code dafür zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Ich kann jetzt erstmal hier den OBJ-Vignette zeigen. Das ist dieses Objekt, in dem ich wirklich dafür sorge, dass der Level mit einer Farbe gezeichnet wird. Und dass wir auch diesen leichten Vignetten-Effekt haben. Wir sehen, wir haben hier eine Variable Color. Und die kann ich jetzt einfach mal von C Blue auf C Red umändern. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass wir hier jetzt tatsächlich ein rotes Level haben. Also das ist sehr variabel gemacht. Und das ist auch sehr cool. Du siehst, das Ganze wird jetzt rot gerendert. Und das ist auf jeden Fall sehr toll. Denn so kann ich sehr viele verschiedene Level bauen, ohne großen Aufwand. Und da kann ich dann verschiedene Arten von Gegnern reinsetzen und so weiter und so fort. Also von der Farbe her ist das schon mal sehr schön anpassbar. Und das ist mir auch allgemein wichtig, wenn ich sowas programmiere, dass es immer schön dynamisch ist. Das hast du ja auch gesehen gerade eben bei der Wand, die ich programmiert habe. Die passt sich ja auch mit der Levelgröße an. So, jetzt wollte ich aber zeigen, wie ich diese Outside-Boxes zeichne, also dieses Dunkle. Da habe ich ganz einfach hier solche Rectangles gedraht. Und ja, da habe ich Parameter übergeben, die sich dann an den Grenzen orientieren, sodass meine Boxen hier auch wissen, wo die Levelgrenze ist und wo sie dann wirklich gezeichnet werden müssen, um wirklich den Rest vom Level, der nicht zur Arena gehört, in einem dunklen Ton zu zeichnen. Das ist also eigentlich recht einfach gemacht. Der Spieler kann übrigens auch mit der Grenze kollidieren, mit der Levelgrenze. Das möchte ich auch kurz zeigen. Wenn man später im Spiel mit der Levelgrenze kollidiert, dann wird man natürlich ein Leben verlieren. Wenn man jetzt aber mit der Grenze kollidiert, dann wird man einfach nur in die Mitte der Arena teleportiert. Aber die Kollision, die funktioniert schon. Und dafür habe ich ganz einfach hier ein Skript geschrieben, dass CollisionLine verwendet. Das ist eine Methode, mit der man ganz einfach eine Linie auf Kollisionen mit einem bestimmten Objekt überprüfen kann. Und da habe ich einfach an denselben Stellen, wo die Grenzlinien gezogen wurden, diese CollisionLines gezogen. Und ja, überprüfe die einfach jeden Step. Und wenn der Spieler da irgendwo drauf ist, dann wird hier ein True zurückgegeben. Und ja, dann wird der Spieler entsprechend an seine Position gesetzt oder er verliert ein Leben, je nachdem, was ich dann machen möchte. Und ja, das sind die Fortschritte zu Impossible Arena 2. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ihr noch Vorschläge habt für mich, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Denn daran orientiere ich mich auf jeden Fall. Ich werde auch für den Cursor hier natürlich noch ein bestimmtes Sprite erstellen. Man wird da später jetzt nicht hier im Spiel den Mauszeiger als Zielscheibe benutzen. Das habe ich in den Kommentaren schon gelesen im letzten Video. Keine Sorge, das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Aber das hat jetzt nicht so eine hohe Priorität für mich. Ich arbeite gerade eher an dem Level-Generator, der dafür sorgt, dass hier wirklich ein schönes Weltall generiert wird. Mit Planeten im Hintergrund und so weiter und so fort. Und dann werde ich erste Gegner einsetzen und so weiter. Und dann werde ich sowas mal machen. Also das ist auf jeden Fall auf der To-Do-List. Aber das habe ich jetzt noch nicht in Angriff genommen. Gut, in diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdet. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue Videos wie dieses hier raus. Und wenn das genau euer Ding ist, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Nächstes Mal kommt wieder ein normaler Entwickler-Vlog, der ein bisschen geschnitten ist. Ich würde auch mal eure Meinung dazu interessieren, wie ihr jetzt dieses Format hier fandet. Also wie ich den Entwickler-Vlog heute gemacht habe. Ist ja ein bisschen anders als sonst. Und ja, lasst mir da auf jeden Fall einen Kommentar da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Übrigens, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu unserem GameMaker Studio 2 Masterkurs. Das ist ein Videokurs, den ich aufwendig produziert habe, in dem du wirklich in über 7,5 Stunden Videomaterial alles lernst, was du wissen musst, um mit dem GameMaker Studio 2 eigene Spiele zu entwickeln. Falls dich das interessiert, dann schau da auf jeden Fall mal rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.